Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem monatlichen DM-Haul. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon für die Hintergrundgeräusche. Mein Sohn liegt nämlich hier und spielt. Ich konnte es leider zeitlich jetzt nicht anders eintimen, dass er irgendwie schläft oder so. Ich war soeben bei DM mit meinem kleinen Mann und wir haben einiges eingekauft. Vor allem habe ich genug Windel für ihn gekauft, denke ich mal. Ich habe euch letzten Monat gezeigt, dass ich HIP Windel teste in Größe 3. Das war so ein Viererpack, was man testen konnte und ich muss ehrlich sagen, wir waren sehr zufrieden damit. Deswegen habe ich auch direkt welche nachgekauft. Es gab eine Rabattaktion und deswegen habe ich direkt drei Packungen in Größe 3 gekauft. Die sind von sechs bis zehn Kilo und ich denke, das sollte für die nächsten Wochen reichen. Es sind ja insgesamt 36 Stück drin, also somit sind es 108, genau. Und das müsste, denke ich mal, für den Monat reichen, hoffentlich. Und wie gesagt, ich bin wirklich sehr zufrieden mit denen und mir gefällt auch das Layout von denen. Also die sind nicht einfach nur weiß und finde ich einfach ganz schön. Dann habe ich uns Klopapier nachgekauft. Ich weiß nicht, aus welchem Grund ich so eine große Packung mitgenommen habe. Ich glaube, ich habe mich vergriffen. Sonst nehme ich immer nur die Hälfte. Jetzt habe ich einfach hier diesen Doppelpack geholt. Keine Ahnung. Ist natürlich preislich auch günstiger, wenn man so eine große Packung nimmt und man hat auch weniger Plastik dann dadurch, weil man ja nur eine Verpackung hat. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall jede Menge und das sollte uns für die nächsten, keine Ahnung, zwei, drei Monate ausreichen. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, machen wir weiter. Bleiben wir denn gerade auch bei Babysachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch je erzählt habe, aber der Kleine von uns bekommt ab und an Pränahrung und zwar die von Baby Vita. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum, falls ihr mir schon länger folgt, weil ihr wisst ja, ich stille komplett, also stille voll. Es kommt aber mal vor, dass der Kleine Abend so übermüdet ist, dass er einfach nicht gerne trinkt bzw. er schreit dann an der Brust und will einfach nicht trinken. Und wenn wir ihm so ein kleines Fläschchen machen, die pumpt er direkt weg. Also wie gesagt, kriegt er nur am Abend und das auch nicht jeden Abend. Deswegen ist es immer gut, mal so eine Packung Pränahrung da zu haben, falls man irgendwie auf einmal nicht zu Hause ist oder man ist krank oder keine Ahnung. Also wie gesagt, so eine Packung sollte man immer zu Hause haben, bin ich der Meinung. Aber ich möchte da jetzt auch keine Diskussion oder so breittreten hier. Und ja, wie gesagt, haben wir von Baby Vita. Das ist jetzt die zweite Packung, die wir nachkaufen. Wir haben zwar noch ein bisschen was da, aber wie gesagt, ich bin gerne bewappnet für alle Fälle und deswegen habe ich es nachgekauft. Bleiben wir bei Baby Vita. Das ist jetzt aber nicht für meinen Sohn, sondern für unseren Neffen. Es ist ja jetzt Ostern und ja, wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, haben wir gerade Ostersonntag. Genau und deswegen habe ich hier für meinen Neffen solche Baby Vita Quetschis geholt. Ich denke mal, damit sollte man nichts falsch machen. Der Kleine ist elf Monate alt und das darf er ja dann schon essen, denke ich. Und wenn nicht, dann erst ab nächsten Monat. Und ich finde halt, das ist auch praktisch, wenn man unterwegs ist oder so. Also ich würde mich auf jeden Fall über sowas freuen, wenn mir jemand sowas praktisches schenken würde für mein Kind, weil Spielsachen haben die genug. Ja, dann habe ich für mich Stilleinlagen gekauft. Ich habe euch schon in glaube zwei Videos gesagt, dass ich ja eigentlich waschbare Stilleinlagen benutze. Apropos waschbare Stilleinlagen habe ich gerade hier drin und ich merke, dass die verrutscht ist. Das ist halt ein Nachteil von den waschbaren. Die kleben nicht. Ich habe aber trotzdem gesagt, ich möchte mal immer eine Packung von den Einweg-Stilleinlagen da haben, weil es gibt doch hier und da mal Oberteile, die vielleicht lockerer sind und die einfach nicht meine Stilleinlagen halten, weil ich trage auch mal Oberteile, wo ich kein BH drunter anziehe und deswegen ist es praktisch, wenn man so klebende Stilleinlagen hat. Wie gesagt, die von Babylove sind echt ganz gut und die sind auch super günstig. So, ich nehme mal meinen Korb hier auf meinen Schoß. Das ist aus einem anderen Geschäft, ist aus Versehen hier reingekommen. Dann habe ich ein Trockenshampoo von Batiste gekauft. Es war auch, ich glaube 15% Rabatt gab es bei DM für Haarsachen und da habe ich für meinen Mann eins gekauft und zwar für dunkles Haar. Wir benutzen nämlich ab und an auch mal Babypuder als Trockenshampoo und mein Mann hat halt dunkle Haare und wenn er das nicht gut verreibt, dann sieht man das auch und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht einfach für ihn ein Trockenshampoo kaufen, wenn es mal moin schlägt gehen soll. Und ja, von Batiste ist es auf jeden Fall super. Ich weiß zwar nicht, wie das riecht, aber ich hatte schon mal ein anderes in meinen Glossybox gehabt und damit war ich sehr zufrieden. Und deswegen habe ich für mich auch gerade eins mitgenommen. Wie gesagt, weiß ich auch nicht, wie es riecht. Da gab es leider keinen Tester und zwar hier so ein Sherry. Ihr könnt mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Batiste Trockenshampo so findet. Dann habe ich, das habe ich auch letzten Monat schon kauft, beziehungsweise ein ähnliches und zwar die Lenore Unstoppable Wäsche Parfums. Das ist jetzt neu mit Ariel Duft. Keine Ahnung, wie es riecht, aber man kann aktuell nämlich kostenlos beziehungsweise die Wäsche Parfums testen. Das heißt, ihr registriert euch auf so einer Seite, gebt hier diesen Barcode an und eure Bankverbindung und dann kriegt ihr diese 4,95 Euro wieder zurück überwiesen. Das habe ich letzten Monat gemacht und ich habe auch das Geld wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen überwiesen bekommen. Deswegen, falls ihr gerne mal welche testen wollt, dann würde ich euch raten, jetzt solche zu testen. Dann, was ich ebenfalls teste, was ich noch nie gekauft habe, sind so ein feuchtes Toilettenpapier. Hier ist es eine Limited Edition. She love, she love, wie auch immer. Ist ein Dreierpack. Ich hatte sonst mal welche Sensitive gekauft. Eigentlich vor der Geburt und ich dachte mir, falls ich irgendwelche Geburtsverletzungen habe und ja, mich einfach mal frisch machen möchte und nicht waschen kann oder so, hatte ich die Sensitive gehabt. Und ich muss sagen, es ist echt praktisch, mal feuchtes Klopapier zu Hause zu haben. Ich muss euch ja nicht erklären, für was man es braucht. Und ja, deswegen habe ich hier so ein Dreierpack mitgenommen. Wir haben auch drei Toiletten, deswegen werde ich direkt auch da gleich welche verteilen. Dann habe ich hier so eine Tücherbox gekauft. Die ist für mein Auto gedacht. Ich habe mir ja mal vor einer Zeit so einen Organizer gekauft für mein Auto, wo ich alles reinmachen kann. Es hängt hinter mir an Fahrersitz. Und ja, da mache ich diese Tücherbox auch gleich rein, wenn irgendwie der Kleine spuckt oder so. Also Tücher sollte man immer im Auto haben. Ja, was ich auf jeden Fall nachkaufen musste und werde mir auch direkt gleich einen machen, ist ein Stilltee. Da kaufe ich ja die von Babylove. Habe ich euch auch gesagt, dass ich unbedingt zwei kaufen muss. Man soll ja zwei bis drei Tassen am Tag trinken und ich habe immer noch eine Tasse getrunken. Hier sind 20 Beutel drin und deswegen habe ich direkt zwei gekauft. Ich glaube, ich hätte auch drei kaufen können. Ja, schmeckt mir echt sehr gut. Hätte ich nie gedacht. Ich mag nämlich kein Fenchel, kein Anis, kein Kümmel und das alles ist hier drin. Aber es soll ja wohl der Milchproduktion helfen. Und ja, deswegen trinke ich das sehr gerne. Dann, was ich letzten Monat auch gekauft habe und vorletzten Monat und gesagt habe, ich muss wieder kaufen, ist die Nachfüllseife von Balea. Leute, das ist der geilste Duft ever. Habe ich euch letzten Monat schon gesagt. Und zwar fertige Pumpseifen kaufen, sondern ich habe ja so nachfüllen, bzw. solche richtigen Seifenspender gekauft, die ich dann nachfülle. Und ja, das ist die beste Seife, die es gibt. Und werde ich auch gleich direkt alles nochmal nachfüllen, damit alles voll ist. Dann, hier ist noch etwas aus einem anderen Geschäft, was ich auch jeden Monat benutze. Eigentlich variiere ich ja immer die Duftrichtung und zwar Rexona Deo. Ich muss sagen, aber das ist aktuell echt meine Lieblingsduftrichtung und zwar Winter Try. Es ist Limited Edition. Deswegen habe ich mir direkt wieder nachgekauft, weil ich denke, dass es bald aus dem Sortiment rauskommt. Und ja, benutze ich sehr gerne. Das riecht echt gut und auch lange. Dann habe ich etwas geholt, das war sogar gratis. Ja, das gab es gratis und zwar ein Desinfektionsmittel. Hier, das hier, gab es in der DM-App kostenlos und deswegen habe ich direkt zugegriffen. Dann, wo ich auch noch ein Coupon hatte, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin gespannt, wie es schmeckt. Und zwar solche Dinkelcracker, also von Bio, also Bio-DM-Marke. Finde ich auch top. Wie gesagt, war ein Rabattcoupon im Blättchen, glaube ich, oder so. Werde ich auf jeden Fall in unser Wickelrücksack reinmachen. Wenn wir unterwegs sind, ist es immer gut, wenn ich auch was zum Snacken habe. Ihr merkt, ich bin echt ein Schnäppchenjäger. Wirklich, ich liebe die DM-App. Klar, man braucht Zeit, um das Ganze zu vergleichen. Kriegt man das vielleicht irgendwo günstiger, aber ich muss ehrlich sagen, es macht mich immer so glücklich, wenn ich an der Kasse stehe, den vorher Preis sehe und danach den danach preist. Traum. Und außerdem kann man ja auch Payback-Punkte sammeln. So, dann habe ich mir etwas gekauft, was aktuell richtig gehypt wird auf Instagram. Ich bin gespannt. Ich bin zwar kein Eyeliner-Typ, aber das ist hier so ein brauner Eyeliner. Waterproof. Wie gesagt, wird aktuell sehr gehypt auf Instagram und deswegen habe ich es mir mal geholt. Das kostet ja nicht viel. Und außerdem, glaube ich, gab es auch 15% auf Eyeliner. Wie gesagt, tut mir leid für die Hintergrundgeräusche. Der kleine Mann fängt jetzt an zu reden. Dann, was ich mir jeden Monat kaufe, sind ja meine Haut-, Haar- und Nägelkapsel bzw. Tabletten von Doppelherz. Die nehme ich hauptsächlich für meine Haare, meine Haut. Apropos Haut, weil mein Bindegewebe etwas schwächer ist und ich das gerne etwas beschleunigen möchte, dass meine Haut sich zurückbildet nach der Geburt, habe ich mir auch hier solche Kologen-Tabletten gekauft. Ich bin gespannt, ob die was bringen. Hier ist auch Hyaluron und Q10. Ich werde ja auch in zwei Jahren 30. Da kann man auf jeden Fall schon mal damit anfangen. Hier ist Biotin drin, Kupfer, Mangan. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich werde die jetzt beide am Abend einnehmen und gucken, ob sich was verändert. Natürlich geht das nicht innerhalb von einem Monat. Das heißt, ich werde das locker jetzt die nächsten Monate kaufen. Wie gesagt, ich bin gespannt und werde euch davon auf jeden Fall berichten, wie zufrieden ich damit bin. Ja, und das Letzte, was ich gekauft habe, sind unsere Hygienereinigungstücher. Die zeige ich euch auch öfters. Die brauche ich immer zu Hause oder auch unterwegs. Ich habe im Auto einen Pack, gerne auch immer im Kinderwagen, wenn man unterwegs ist. Auf den Toiletten, wenn man mal Besuch hatte oder so, wische ich gerne mal die Klobrille damit ab. Aber auch die Türgriffe, also die Handgriffe, wie gesagt, sind vielseitig einsetzbar und muss auf jeden Fall jedes Mal mit. Ja, das war's auch mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich würde mich wie immer über eure Kommentare freuen. Vielen Dank des Zuschauers, ihr Lieben. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!